Hi Leute, mein Name ist Frank und hier vor mir steht die neue Siemens EQ900. In den vergangenen Videos haben wir uns schon mit dem einen oder anderen Feature beschäftigt, zum Beispiel Home Connect, dem Barista Mode. Wir haben uns die Coffee World angeschaut, die Profile und auch die Bedienung über das Touch Display. Und heute nun kommen wir zu einem Thema, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen banal klingen mag, aber in der Praxis doch gar nicht so unwichtig ist, und zwar der Tassenwärmer, über den die EQ900 verfügt. Bei der EQ900 befindet sich der Tassenwärmer hier an der Oberseite des Geräts, das heißt ihr stellt hier im Prinzip eure Tassen drauf und die werden dann von der Maschine erwärmt. Dass der Tassenwärmer aktiv ist, das erkennt ihr an diesem Zeichen hier. Bei meinen Videos zu den anderen Kaffeevollautomaten von Siemens wurde ich das letzte Mal auch gefragt, wo schalte ich den Tassenwärmer überhaupt ein, das zeige ich euch kurz. Und zwar geht ihr einfach in die Einstellungen und ihr habt hier ganz oben einfach Tassenheizung. Und wenn ihr da drauf klickt, dann ist die Tassenheizung in dem Fall jetzt aus und so würdet ihr sie wieder einschalten. Das Ganze funktioniert wenig überraschend auch über die App. Ihr wählt hier einfach den Kaffeevollautomaten aus und dann könnt ihr hier ganz komfortabel, beispielsweise auch vom Schreibtisch aus, den Tassenwärmer ein- oder ausschalten. Der eine oder andere wird sich jetzt sicherlich fragen, wozu überhaupt? Warum sollte ich die Tasse erwärmen, bevor ich mir ein Cappuccino oder Espresso zubereite? Und das lässt sich euch relativ einfach erklären. Kaffee- bzw. Kaffee-Milch-Spezialitäten werden traditionell heiß genossen. Ganz einfach, weil sich dann das Aroma bzw. der Geschmack am besten entfalten kann. Wenn ich jetzt aber morgens aufstehe und ich stelle eine kalte Tasse unter den Auslauf und mache mir dann ein Cappuccino, dann geht allein durch diesen Prozess schon sehr viel Wärme verloren. Einfach, weil der heiße Cappuccino auf die kalte Tasse trifft. Und bis ich den dann trinke, ist die Temperatur und alles einfach nicht mehr optimal. Das mag jetzt natürlich nach Jammern auf ganz hohem Niveau klingen, aber es macht doch einen Unterschied, weshalb man auch in vielen Kaffees eben sieht, dass die Baristas ihre Tassen vorwärmen. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ihr permanent den Tassenwärmer laufen lassen sollt. Das wäre sicherlich Energieverschwendung, gerade in der heutigen Zeit. Aber ihr könnt ja beispielsweise über die App einfach vom Schreibtisch aus eine halbe Stunde für euch den Kaffee macht, den Tassenwärmer einschalten und dann kommt ihr zur Maschine und habt eben schon eine vorgewärmte Tasse. Und ihr werdet sehen, es macht einen Unterschied im Geschmack. So viel von mir dazu. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema habt oder zur EQ900 allgemein, dann packt sie wie immer in die Kommentare. Und ihr werdet euch da? Und ihr werdet euch das? 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 Vielen Dank.